Hallo, mein Name ist Christine Nahr. Ich arbeite als freiberufliche Medienpädagogin bei ICOSOM, Institut für Kommunikation und sozialen Medien. Ich beschäftige mich mit den Themen Medienpädagogik, Kinder, Internet, Jugend, das was dazugehört, E-Partizipation und seit neuestem sozusagen, das Thema hat sich in Diskussionen und aktuellen E-Partizipationen herausgestellt und Kinderbeteiligung im Internet. Also wir haben uns zusammengesetzt mal und überlegt, warum so wenig Kinderbeteiligung im Internet stattfindet. Immer wenn von Beteiligungen heranwachsen, die sind meistens bei Jugendlichen gemeint, aber das reichte uns nicht und deswegen haben wir uns da ein bisschen rumgetummelt. Und aus dieser Herausforderung heraus habe ich eine Session angeboten, heute und das hat auch geklappt. Und einen kleinen Input gab es, so den Gedanken, die ich so habe, ich habe auch ein paar Praxisbeispiele mitgebracht, die das Ganze nochmal so ein bisschen deutlicher machen, was es für Beteiligungsmöglichkeiten bereits schon für, sagen wir, unter 10-11-Jährige gibt, die also erst anfangen sich dafür so richtig zu begeistern. Und das war ganz gut. Am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es zu viel Rede und alle ein bisschen erplattet waren davon. Aber es stellte sich dann in der nachfolgenden Diskussion raus, dass sie das richtig gut fanden. Das freute mich natürlich, freut mich immer noch. Und dass daraufhin auch viel Diskussion entstanden ist über die Möglichkeiten, die man machen kann. Da geht es ja vor allem um Diskussionen, was man für Methoden überhaupt anwendet. Welche Instrumente benutzt man, wenn man mit Kindern überhaupt online arbeitet. Das ist das eine, aber wenn man auf Beteiligungsinstrumente schaut, gibt es natürlich nochmal gesonderte Fragen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und so weiter. Und es war sehr schön. Besonders gefreut hat mich, dass der Plastikstuhl, der Plastikstuhl da war in meiner Session. Sicherlich war er, dass er sich interessiert hat. Und er hat meine erste Sketchnote gemacht zu meiner Session, die ihr bei Twitter und sonstigen Kanälen, das werde ich sicherlich ganz viel streuen jetzt, verfolgen könnt. Das freut mich sehr. Dankeschön.